Woohoh oh oh, woohh oh oh So, jo, was geht ab Blackout am Start und herzlich willkommen hier um zu einem weiteren Blackout 2 Live kommt ja wie heute, sind wir unterwegs auf Stand Off In, frei für alle Leute mit Executioner und ja 4, 3, 2, 1 So Jungs, heute mit Executioner, ich bin echt richtig gespannt Ob wir mit dieser scheiß Waffe Eine Nuklear erspielen können Das wäre natürlich richtig geil Würde ich auch nochmal feiern, aber ich bin echt Naja, wie sagt man Negativ abgestimmt, keine Ahnung Ich glaube so eine Scheiße, auf jeden Fall Glaube ich nicht, dass sowas möglich ist Boah, das ist echt richtig schwer Mit Executioner, ihr habt es euch aber wirklich Sehr gewünscht, über 4000 Likes waren bei dem Video am Start Einfach richtig krass, hat mich wirklich sehr gefreut Und dann gehe ich natürlich auch auf diese Executioner Nuklear für euch So, ich werde ein bisschen hier Im Haus patrouillieren Weil das sonst einfach nicht Möglich ist, lol, wo bin ich Gegengelaufen, holy shit Okay, wir brauchen erstmal eine Drohne Hey, da hinten war doch einer, oder? Egal, ich gehe da mal einfach hin Einfach mal nachgucken Ja, der läuft da ganz hinten Zum Haus Ähm Ihr merkt schon, ich muss echt mich ein bisschen Mehr konzentrieren Und auch ein bisschen mehr patrouillieren Weil die Waffe, ihr wisst, selbst auf Ein bisschen weitere Distanz Killt die schon nicht mehr Und da muss man sich einfach die Kleinsten Wege nehmen Das ist einfach das Haus nun mal Ich denke, das könnt ihr aber verstehen So, ich laufe jetzt mal ganz hinten rum Alter, es ist mir echt ein bisschen zu wenig Action da hinten So, gucken wir mal Da ist locker einer Ja, Drohne Endlich, Alter So, da kommt der nächste, glaube ich Oder? Oh oh, da unten sind noch welche Der kommt, glaube ich Okay, da hinten, da hinten, da hinten Nice Viel vor Orbit Boah, ich muss echt gerade so Sweaten für diesen scheiß Orbit, ne? Ich weiß nicht, ey Schon wieder keine Drohne mehr Na toll Oh Boah, den hätte ich übersehen, ey Ich wäre jetzt einfach ganz stumpf Über den gelaufen Hätte er sich nicht bewegt Ich hätte ihn nicht gesehen Scheiße, Alter Okay Flaschen wir den erstmal Perfekt Zwei vor Orbit Okay, komm Richtig sweaten jetzt Kommt schon Kommt schon, Jungs Ey, ich schwöre euch Das ist so schwer mit dieser Scheiß Waffe, ne? Ihr könnt es ja mal selbst ausprobieren Und Einfach, falls ihr Irgendwie das schafft Richtig mit der zu rushen Vielleicht auch im Boden kriege Oder so Dann könnt ihr mir das gerne schicken Aber ich glaube Persönlich, dass es nicht möglich ist Mit der Waffe Aber vielleicht Schafft das irgendein Chaote von euch Also Chaote Jetzt nicht negativ gemeint Sondern einfach Im Zocken Chaote Wisst ihr, wie ich mein? Ey, ich krieg diesen scheiß Orbit nicht Warum kommen die Nicht zu mir? Oh Oh mein Gott Ich hab's überlebt Orbit Yes Yes, Alter Oh mein Gott Ey Jetzt geht's hier aber los Oder was? Oh shit Okay, komm Den da oben Holen wir uns Oh, er kommt sogar runtergelaufen Komm, komm, komm Beweg dich Beweg dich Beweg dich Komm Oh mein Gott Alter War das schon wieder knapp, Mann Oh oh Heftig Ja, Mann Nice Komm, weiter, weiter, weiter Mehr Kills machen Mehr Kills machen Die kommen da einfach nicht Komm, die hol ich mir Ach du Scheiße Stirb Jawohl Oh mein Gott Alter Scheiße Ich hab kein Orbit mehr Fuck Verdammt Ey Warum Ich hau mal den EMP raus Boah Ich muss so sweaten Ey Okay Weg hier Weg hier Ach du Scheiße Okay Der ist da Der ist da Oh mein Gott Jawohl Alter Scheiße Alter Okay Komm Weiter Er stirbt nicht Er stirbt einfach nicht Er ist da in der Ecke Komm, 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 komm Oh Jungs Sorry, dass die Nuklear so Falls seine wird So richtig Lange dauert Aber mit der Waffe Man muss einfach Oh nochmal sweaten Ey Man muss sich so konzentrieren Ist einfach richtig schwierig Ey Orbit Er legt, er legt, er legt Oh mein Gott Oh fuck Alter Ich bin so am sweaten Mann Ich sterb gleich noch In real life Okay Der ist wahrscheinlich AFK Wahrscheinlich ist der AFK Der will mich einfach nur trollen Bestimmt Komm, den hol ich mir Komm, komm, komm Yes Der ist oben Na toll Na super Okay, komm EMP raus Der darfst einfach nicht checken Dass ich da bin Traut er sich nochmal Traut er sich nochmal Oh, er läuft außen rum Nice Oh Ja, komm Drei vor Drei vor Drei vor Komm, 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 komm Oh, oh Oh mein Gott Jungs Ich muss noch richtig sweaten Nein Oh mein Gott Alter Ich hab so Angst Komm, komm, komm Er ist geblendet Er ist geblendet Oh mein Gott Zwei vor Bitte Jungs Bitte Bitte Call of Duty Gott Hier ist keiner Oh mein Gott Oh jawoll Ein vor Komm Ich musste noch nie für so eine nukleare sweaten Alter Oh Motorrad Ich hoffe ihr habt das nicht zu laut gehört Komm Komm Bleib hier Bleib hier Bleib hier Blenden Stirb Ja man Ja man Ja man Execution Nuklear Ich hab's geschafft Alter Ich musste so sweaten Sieben Minuten Oh mein Gott Hat das lange gedauert Aber Jungs Probiert es einfach mal selbst In den FFA Einfach Live Live muss es sein Einfach mal Ich hab's einfach geschafft Ja man Jungs Lasst ein nettes Kommentar Schreibt ein nettes Kommentar Lasst einen Daumen nach oben Ich würde mich riesig für 3000 Likes Für dieses Live-Kommentar Ich würde mich freuen Auch wenn es jetzt nicht Fast Speed war Aber Executioner Ich hab's einfach geschafft Jungs Das war sowas von schwer Ich würde mich riesig für eine Bewertung von euch freuen Lasst ein nettes Kommentar Schreibt ein nettes Kommentar Ich wiederhole mich hier Oh mein Gott Ich bin komplett am durchdrehen Habt noch einen schönen Tag Und haut rein